Ich kann da heilen! So, jetzt sind die Bayern dran. Wer leidet ständig unter Größenwahn? Hollingau! Ja! Hollingau! Größenwahn! Santa Cruz! Wer stolpert über seinen eigenen Fuß? Santa Cruz! Santa Cruz! Einen Fuß! Wer ist schon vor der Halbzeit Hackevoll? Wer ist schon? Wer ist schon? Hackevoll! Hackevoll! Wer schützt beim Strafstoß stets sein linkes Ei? Heilige Teil! Ja! Heilige Teil! Schützt sein... Ja, 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 lass ich mir wieder gerne! Der Ballack! Wer schützt nur die Frisur und nicht den Sack? Wer schützt? 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 Warum sind denn die Bayern unbeliebt? Wer schützt? Wer schützt die Bayern? Wer schützt? Das können wir wirklich nicht sagen! Dankeschön! Ja! Ja, klar! Vielen Dank.